Der Peabody Guck mal hier, das bist du So ein Eierkopf Der wäre jetzt nicht so ne hohle Figur wie du Ne hohle Figur Falls dein Selbstvertrauen noch unzureichend ist, denk daran, niemand ist von Anfang an perfekt So wie er springt Man kann erschlagen werden Aha Aber ich habe mein Handicap überwunden, das meine ich ernst Echt witzig Mach du mal hier im Portal hin Und hier So schnell konnte ich das nicht Wo? Da drüben Ja, genau Da Ja Boah Ja, ja Ja, und jetzt? Wo muss ich denn hin? Wo gibt's denn den Würfel? Ey, sag mal Bist du Lutscher? Guck mal Ja, nur jetzt sind die Portale weg Wahrscheinlich müssen die bleiben Ja, dann schieße ich sie wieder so kein Problem Ja, bitte Warte mal Irgendwo muss ein Würfel sein Da oben? Hier? Ja Warte mal Wie kommen wir an den ran? Da oben ist ein Schalter Bäh Ich habe eine Idee Genau, du musst erst mal Warte mal, ich muss hier rüber So Hier Und hier So Du setzt jetzt deine beiden Portale wie gerade eben Da hin Und da hin Geht es von da Du bleibst aber oben Wo ist oben bleiben Nein, 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 da wo du hinfliegst Wo die Zielscheibe ist Da Ja, genau Da hin und da hinten rechts Ja Ja, genau, und jetzt fliegst du einfach Hui So, jetzt drückst du den Knopf Vor der Tür geknallt Ja, du bist jetzt vor der Tür Du musst jetzt hier den Knopf drücken Da Den Ja, genau Und jetzt hole ich mir den Dings ab Deine Portale stehen ja noch, ne Ach nee Die sind ja Jetzt sag bloß, der ist da runtergefallen Da unten ist Achso So Jetzt hab ich quasi Hier das Ding zum Oder Hier das Ding zum aufmachen Okay Setz du mal Hier eins hin Und hier eins hin Da Und da Hä Warte, zeig mal Ja, genau So, dann komm ich zu dir rüber Hui Hui Hallo So So Und ab geht's Nächste Komm mal Oh, die ist größer Und da kann man Sterben Sehr gut Ah Warte Ähm, wo ist denn hier Warte Tschüss Was machst du denn da? Ich wollte uns den Würfel organisieren Ah, okay Bleibt der denn? Ne Wir fliegen ja nicht bis da Ah Weil du jetzt drücken musst Und ich muss ihn mir fangen Jetzt Äh, äh War ein bisschen zu spät gedrückt Alles läuft wunderbar Warte, warte mal Warte mal So, und drück jetzt Jawohl Das war auch ein bisschen zu spät Ja Juhu Mach die Portale weg Ah, okay So geht's auch Warte, ich komm rüber Boom Haha Das ging aber an den Scham So, und jetzt müssen wir beide da rüber Da hin, wo du bist Ja, genau Was für eine Fliegerei hier Glückwunsch zum Abschluss des letzten Tests Aber etwas beunruhigt mich Warte, warte, warte Ohne tödliche Konsequenzen überhaupt noch von Wissenschaft sprechen Jetzt mach ich dich fertig Vielleicht nochmal Ja Ich hab gewonnen Ich hab gewonnen Ich hab gewonnen Ich wünsch jetzt viel Spaß bei der Demontage Ich bleib jetzt hier draußen Natürlich Natürlich nicht Auch wenn's lange Ladezeiten sind Ja Ah, nee Ey, nee Ey, nee Da würde ich sagen Zweite Testkammer auch erfolgreich überstanden Ne Ne, war sehr lecker Auch doch nicht Schade Entwickelt ihr etwa menschliche Gefühle Level 7, Tor von 8 Vielleicht hilft das Blue Du bist das beste Robotermodell Dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat Hast du das gehört? Tu mal nicht so, Alter Wuhu Ja Nein, nein, nein Bitte lach dich mal tot Wegen nem Witz, den sie gemacht hat Wie so ne Schwuchtel, ne? Guck mal Ach du Scheiße, wir gehen hier ab Ui Okay Wir sind anscheinend beide gleichzeitig Du musst Was machst du denn da? Ach nee, da oben, ne? Da oben wo der Punkt Ja genau, und dann hier oben So Okay Und Go Was ist das denn? Da heißt es wieder irgendwo was mit Laser, ne? Ja Die sind hier drüben Ha ha Ey, warte mal Mach mal Tap an Ja super Ah, okay Wohin muss er? Hier, die Dinger, die gehen zu Geh zurück Hast du ein Schwein, ey Ja, mach du mal Ah, warte mal Geh mal kurz Zur Seite Warte mal So Höher 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 Ja Du musst hochfahren Du musst hochfahren Wo? Da, das Ding Hier, da kannst du hochfahren Hier Stell dich hier hin Und warte, bis ich diesen Laser gemacht hab Sorry Ich hab da eben grad nicht drauf geachtet Nee, ich auch nicht Aber ich hab's gesehen im Hintergrund, wie's hochgefahren ist Wo muss ich da jetzt hin? Ich hab keine Ahnung Warte mal Wo kannst du denn hin? Nirgends Okay Verschaffen wir uns einen Überblick über diese, über diese Lage Ich bin gestorben, du nicht Ah Okay, hier kann man springen Hm? Wo hier? Du musst dann von da oben da runter springen So wie's aussieht Von da oben runter Aber wohin denn? Ah ja genau, hier Ah, ah, ah Hier, Portal Und hier oben Da oben, ne? Da Ja, genau So, und ich mach Ich mach hier wieder eins hin Dann muss ich da reinjumpen Ja, genau Ich mach hier wieder eins hin Und Okay, ich steh bereit Du stehst bereit Hm Musst ja wieder warten, bis diese blöden Klotzhandschuhe da weg sind Nein Komm, gib mir neuen Würfel Du musst dich beeilen Ja, ja Weil ich gleich wieder tot bin Kuckuck Bin hinten Achso Ah, du hast ja ausgeschalten So, da oben ist ein Schalter Da muss man irgendwie hin Daneben war ich Ich probier Bäm Und ich muss es wieder machen Warte Ah So Du hast es nämlich auch nicht gemacht Weil ich dich nach oben geschubst hab Hey, du Lutscher Komm mal nochmal zurück Warte mal, hier gibt's doch kein Portal Ne? Du musst nochmal drauf Geh nochmal drauf Dann komm ich wieder zurück Können wir uns nicht überwild Oder die Lage verschaffen Weil hier ist kein Portal Ja, bloß Wie willst du das dann machen? Ah Wir haben doch hier ein Hilfsmittel Den Laser, ne? Nicht den Laser Diese Box Bei mir hängst du gerade kurz Ach, geht dir Ey Mist Aua Pote Ey Das haben wir nicht Warum haue ich den Laser immer noch drin bei dir? Guck mal hier Ne Bei Tapp ist er weg Du hast irgendeinen Fehler Egal Bei ihm sieht es so aus Da hätte ich den Laser noch drin Hopp 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 Bleibst du da stehen Da vorne an der Tür? Bin drin Und nun? Aha Ha Knapp geschafft Aber geschafft Nach dieser Vorstellung Ist wohl eine Auszeit Von den offiziellen Teststrecken angebracht Ach Auszeit? Heißt jetzt ist noch was anderes? Jetzt gibt's Schluck Bier Ja ja so wie immer Wie lange spiel man eigentlich schon? Äh Ich hab eigentlich gesagt keine Ahnung Fast Müsste eigentlich fast Eine Stunde sein Aber gut Wir sind ja gut dabei Jo Für diesen Test müssen wir nur noch die Projektpläne finden Ach für den Test müssen wir die Projektpläne finden Nein Weiß Stiffer wieder Wir sind völlig langweilig und wertlos Das denn? Stiffer Ja so wie immer noch die Projektpläne ist